Liebe Leserinnen und Leser von 1200 Grad, wir sind auf dem Klimafestival in Berlin, die zweite Edition von Heinze und Baunetz. Und Heinze und Baunetz gemeinsam haben es geschafft, mehr als 140 Unternehmen mit ihren Ständen hier in die Station in Berlin zu bringen. Mit einem ganz tollen Beiprogramm, mit unheimlich spannenden Architektenvorträgen, Workshops und Themen-Talks. Und erstmal herzlichen Dank dir dafür, Anke. Sehr gerne. Wir stehen jetzt nicht zufällig bei Granitifiandre, dem einzigen Keramikhersteller dieser Branche. Aber vielleicht schließen sich im nächsten Jahr, diesem Jahr noch mehrere andere an. Deswegen, Anke, vielleicht sagst du ein paar einleitende Worte überhaupt zum Thema Klimafestival. Ja, danke Michael. Also das ist entstanden aus der Überlegung heraus, dass wir uns bei Heinze gesagt haben, das Thema Nachhaltigkeit wird immer drängender. Wir wissen alle um die Problematik, große CO2-Emissionen durch den Bau- und Gebäudebetrieb. Und wir als Heinze, die wir ja nicht selber produzieren, sondern ein Medienpartner sind, möchten trotzdem beitragen und haben uns überlegt, am besten geht es im Event. Und so wurde das Klimafestival geboren. Erster Wurf letztes Jahr in Düsseldorf, Areal Böhler. Zweiter Wurf und wir sind mega stolz, dass wir dieses Mal hier sind in der Station Berlin und haben jetzt zwei sehr erlebnisreiche Tage hier erlebt. Ja genau, wir sind jetzt schon am zweiten Tag. Zwischendurch war es auch gar nicht möglich, Interviews aufzunehmen, weil es einfach viel zu laut war, weil viel zu viele Architekten hier überall waren. Und Anke, kannst du vielleicht nochmal was speziell jetzt für 1200 Grad sagen zum Thema Keramik? Zum Thema, was könnte ein Keramikhersteller bewegen, einem solchen Nachhaltigkeitsevent beizuwohnen, um was auch zu tun für die Bauwende? Denn das Motto ist ja eigentlich Klimafestival für die Bauwende, die wirklich dringend erforderlich ist. Ja, tatsächlich ist ja unser Credo, nur alle gemeinsam schaffen wir diese Wende am Bau. Und deshalb ist es erforderlich, dass alle Hersteller am Bau, die beteiligt sind, auch beitragen zu diesem Thema und bei der Dekarbonisierung auch aktiv mitarbeiten. Und wir wissen alle, dass in der Fliese eben ein enormer Energiebedarf ist. Wir haben die Geschichte mit 1200 Grad, 24,7, das ganze Jahr laufen die Gasöfen. Wir wissen um die Gasproblematik, um die Energiethematik. Und das ist etwas, was gerade italienische Fliesen schon ganz hervorragend aufgegriffen haben. Schon seit Jahren übrigens, nicht erst seit den letzten zwei Jahren, passiert schon unglaublich viel. Und weil diese Unternehmen schon so viel beitragen, ist es so wichtig, dass das auch kommuniziert wird. Die müssen sich jetzt zeigen und sagen, Leute, die Fliese macht schon richtig viel, um auf dem Weg zur Bauwende beizutragen. Ja, dann müssen wir uns vielleicht demnächst umbenennen in 0 Grad, weil 1200 Grad dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr der passende Titel ist. Aber das wäre ja schön eigentlich. Deswegen herzlichen Dank dir, liebe Anke. Und nochmal vielen Dank auch für dieses tolle Klimafestival. Und im nächsten Jahr sehen wir uns bestimmt wieder. Das freut mich sehr. Und wir danken euch natürlich von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart, dass ihr uns bereichert habt. Auch der Vortrag vorhin mit Tanja auf der Bühne, das war großartig. Und auch sehr schön, wenn ich das noch sagen darf, dieser Schlusssatz, dass Unternehmen, die eigentlich Konkurrenten sind, gemeinsam agieren wollen, um sich hier gemeinsam voranzubringen auf dem Thema Bauwende, Dekarbonisierung ist großartig. Danke, Michael. Ja, danke.